Wohlvieh allein wird präsentiert von Freundschaft. Allein sein, etwas vom Schönsten, was es gibt auf der Welt. Doch in den Zeiten von der rasenden technologischen Fortschritte schaffen es immer weniger Menschen, allein zu sein, ohne sich von einem Bildschirm hypnotisieren zu lassen. Der Wiel gibt so viel Schönes, Berührendes und Aufregendes zu erleben. Ich bin der Wohlvieh und das ist Wohlvieh allein. Ich habe schon viel geschafft in meinem Leben. Ich war Volleyballtrainer, Figurant, Aktmodel, Model für ein Softgetränk, Zauberer, Reporter. Und ich habe mich mit mir Arachnophobie auseinandergesetzt. Sobald das Juchel war und diese Berührung stattgefunden hat, wie fein sie sich anfühlt mit den Hörchen und langsam bewegt, ist... Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Tontopf selber getöpfert. Sehr viele Menschen tun gerne miteinander Tontopf-Töpfer. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, dass man auch allein Tontopf-Töpfer kann. Sofort habe ich die nächste Drehscheibe zum Tontopf-Töpferen recherchiert und gefunden. Und ich habe mich gleich aufgemacht, um das Abenteuer anzutreten. Bis mir plötzlich aufgefallen ist, dass die Tontopf-Töpferen ja meine Kleider dreckig machen können. Und meine Kleider viel zu schön sind, um dreckig zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich vielleicht anders anlegen sollte. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Ich könnte ja dreckig werden beim Töpferen. Die Kleider, die ich habe, sind viel zu schön zum dreckig werden. Vielleicht sollte ich mich anders anlegen. Die Kleider, die ich habe, sind viel zu schön zum Tontopf-Töpferen. Also, die Kleider, die ich habe, sind viel zu schön zum Tontopf-Töpferen. Ich bin Pastoren. Ich habe mich gelesen vom Tontopf-Tontopf-Tontopf. Ich bin nicht möglich, sonst wo ich in Tontopf-Tont-Tontopf-Tontopf. Ich gebe es erst nur zu dem Tontopf. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Entschuldigung, das neue Gericht lassen. Entschuldigung, das neue Gericht lassen. Entschuldigung, das neue Gericht lassen. Ein Tontopf töpfen ist eine wahnsinnig anspruchsvolle und herausfordernde Betätigung. Und leider habe ich es nicht geschafft, allein zu sein. Immer wieder sind Leute gekommen und haben meine Konzentration unterbrochen, sodass ich nicht in der Lage war, einen Tontopf zu töpfen. Das war Wolfi allein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war Wolfi allein. Das war Wolfi allein. Vielen Dank.